Fribo, Fribo, wir müssen uns unbedingt in den 25. November ganz dick und fett eintragen in den Terminkalender. Da wird gefeiert. Jede Blume, jeder Strauch, jeder Baum, jedes Tier. Da geht's richtig los. Was sollen wir denn da feiern? Ihr Menschen passt doch gar nicht gut auf die Umwelt auf. Da gibt's also nix zu feiern. Absolut gar nix. Fribo, natürlich gibt's was zu feiern. Deine ganzen Naturforscherfreunde, die schicken uns doch Fotos und Videos davon, wie sie sich um die Natur gekümmert haben. Egal, ob sie Blumen gepflanzt haben oder Sträucher gepflanzt haben oder Bäume gepflanzt haben oder sie der Tieren geholfen haben, jede Sache wird dann gefeiert in der Sendung. Wirklich? Ja. Willkommen wir Fotos und Videos? Natürlich. Oh, da können wir so richtig doll ein Fribo Naturforscherfest feiern. Yippie. Und damit wir richtig viel feiern können, erinnern wir doch mal alle an die Aktion, okay? Ja, natürlich, natürlich. Mach mal. Also, ihr habt's ja gehört. Fribo traut uns Menschen nicht so viel zu beim Thema Umweltschutz. Kann ich auch ein bisschen verstehen, ne? Aber trotzdem hat er sich was richtig Geniales für uns alle überlegt, wo wir mitmachen können. Oh ja. Also, müssen wir mitmachen, klar. Natürlich, natürlich. Genau. Deshalb, mach mit, werde Naturforscher und schick uns deine Fotos und Videos. Ja. Oh, Domek, jetzt bin ich so richtig aufgeregt. Ich freu mich schon so sehr auf dem 25. November. Bye. Untertitelung. BR 2018